Ab heute ist Schluss mit den Kopfhörern. Ab jetzt zählt das UE-Boom-Gesetz. Und ich kümmere mich persönlich darum. Kopfhörer, ist nicht euer Ernst. Ich bin sofort unterwegs. Get your leg. Welcome to the social music experiment. Kopfhörer sind ab jetzt sofort verboten. Verboten? Ja. Ich habe eine Beschwerde bekommen. Deine Musik ist viel zu leise. Die Leute wollen die Musik mithören. Und da kannst du ja nicht mit Kopfhörern rumlaufen. Das geht nicht. Bist du doch jetzt alle langsam irgendwann mal. Ziehst du jetzt nur ein, oder? Wo du den Fehler gemacht hast. Ja? Verwarnung. Komm, ab, weiter, komm. Die nächsten Kopfhörer hole ich mir natürlich und zerstöre ich. Kopfhörer ab, mach die Kopfhörer ab. Abmachen, komm. Wir können ja mal einen Test machen, wie das eigentlich hier klingen soll. Ist doch viel besser. So laufen wir rum. Ja? Nicht mehr mit den Dingern. Du gibst mir das Ding und du bekommst eine neue Box. Neu komplett, neu eingepackt. Ich nehme meine Kopfhörer-Regeln. Wenn ich nehme. Klar, ist ja verboten hier. Meine Stadt, meine Regeln. Auf den Boden, drauf springen, kaputt machen. Geile Fragen stellen, richtig kaputt machen. Komm, drauf treten, richtig drauf drehen. Super. Jetzt räumen sie den Mist noch weg. Und in Zukunft will ich dich hier mit so einem Ding sehen. Und zwar mit einer Boom. Wir wollen alle deine Musik hören, okay? Sag das deinen Freunden auch, weil sonst hole ich euch nämlich alle ab. Und keine Kopfhörer mehr. Komm weiter, Ägypten zu sehen. Weiter gehen. Kam da Rotze rausgeflogen gerade? Komm. Komm. Jungs! Was macht ihr euch für eine Arbeit hier mit so einem kleinen Ding? Ihr braucht richtige Musik, Mensch. Wenn ihr nicht Boom hier herstellt, geht das alles viel besser. So geht das nämlich. Das ist alles hier mit der kleinen Boom, ne? Wie findest du den Sound? Gut, ne? So wollt du stehen bleiben? Sag mal, hast du Lust meine Boom einzucremen? Klar. Ja? Ja, sicher. Na los, komm her. Schön eingrämen und schön einmassieren bitte. Was ist das? Schön eingrämen und einmassieren. Das ist super. Und jetzt? Ja, dass sie geschmeidig bleibt. Komm, schön eingrämen und einmassieren. Ich hab dich gefragt, du wolltest meine Boom massieren. Ja, wir sehen, ne? Geht nicht kaputt. Wir müssen jetzt mit härteren Geschützen aufbauen. Gib die Kopfhörer her. Das kann ihnen doch egal sein. Junge, du sollst dich mit mir diskutieren. Gib die Kopfhörer jetzt her. Ich hab die Kopfhörer. Ab, mitkommen. Los, mit aufs Revier. Komm, mein Freund. Kamera! Wir wollen alle mehr? Boom! Mehr? Boom! Mehr? Boom! Boom, boom. Boom, boom. So, und euch nehm ich jetzt alle mit. Ihr seid alle verhaftet. Boom!